Ich war auch schon da. Alles da lebt jetzt schon. Ehrlich. Wo wollt ihr denn hin eigentlich? Ja, sehr gut. Wir gehen jetzt unten hin und einfach mal innen hoch. Das hat sich ganz gut bewährt. Der hat nicht mehr da reingehen. Oh, der rennt wohl weg nach hinten. Krieg aber nicht. Ach, Digga. Oh, hier durchs Fenster gekommen. Ah, geiler Typ, Alter. Ich auch noch. Er lädt einfach nicht nach. Ich höre doch gar keiner ab, hier mit dem Morro. Oh, Alter. Gar keiner. Noch Platten? Kommt einer an die Treppe hoch, glaube ich. Noch Platten bei mir. Hinten, aber... Ah, hier kommen sie jetzt. So, ich noch in der Nacht, ne? Ich komm hier durch. Ah, links und rechts. Feindliche Drohne über uns! Komm. Ah, links noch von euch jetzt da. Ist runtergerannt. Hier looted einer in Ruhe hinter uns. Schön erschlagen. Werden sie hoch oder? Ja. Auf geht das. Nein, das ist du. Oh, wir hätten hier erstmal einen Platten. Ja. Jetzt nehm' er. Erinnerbar Schildzeug von denen. Komm die? Weiß ich nicht. Wir haben den Gang da schon runterspioniert hier mit dem Wexler Da sind sie Hier Da steht weg Für ein Geek, Alter Hey, schlag doch mal zu, Mann Warte, jetzt kommt der dann Post, den kann ich gar nicht vergessen Ja, da ist er Zwei Leute über dir, jetzt kommt einer runter Ah, weg Eieieiei Äh, unten sind noch zwei Mh Mh Das Gas verbreitet Schnell in die neue Silber Ist Schildbreak hier Sag doch mal nach Mann, Alter, ich treffe heute auch echt gar nichts Nein, das sind zweite von der Blutwasser Fick der in den Die haben sich den Lotort geholt Mh 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 Oben auf dem Dach Einer noch Die liegen ja durch In der kleinen Hütte da irgendwo Nehmen wir neue Position ein Mh 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 er kommt runter haben die an oder was wie schnell läuft denn der typ alter ist ja nicht normal hallo er holt mich mit dem rufmesser franzosen ne ich sag's nur er holt mich einfach mit dem rufmesser spaß auf die müsse heraus kommt runter da ist noch einer echt ein unteres limit erreicht hier wird wird zu spülen so einer von den holen was ich bin tot ein Dach ist er ich versuche mal hochzukommen zum euch ich gebe einen hoch alter Na die Karspinn. Ja, hier oben. Vorsicht. Ja, der Greenhouse, ja genau, er finisht Instant, Alter, es ist unglaublich, was die einsch... Er hat auch eine AK, dieselbe Waffe wie ich, aber er holt mich so schnell weg damit, das ist nicht zu glauben, ja krass. Raus, die Hunde, da war. Kannst du dir nicht erzählen, ja krass. Botenstelle noch, aber schaffst du nicht wieder. So, wegen nebenüberm Haus hat er auch zwei, ja. Woher guckt er dann hier ins Fenster? Ich bin ja auch ein Idioten. Einer ist da draußen. Du bist hier. Oh, jetzt da auch gerade kommen wir. Der Fall springt über den Wälder. Drüben, du bist genau. Weitgesig? Hm. Achtung, Bewegung. Das ist eine Totenstelle, der Zugriff. Geil, ja, nicht ganz stark, immer. Hier ist noch einer. Oh, hab ich. Haben wir es alle. Hier ist das. Ich hab alles. Schau mal, wie gehen wir jetzt? Mal aufpassen, nur in dem Haus neben uns waren sie schon. Ja, alles sicher. Und auch unten? Guck mal, da ist er. Ich brauchst mal. Hier? Blauer Marker. Ist er drin? Da bleiben wir, weil die nur oben an der Kante bleiben können, die wechseln. Ich werde die Maske ausspielen. Ja, genau. Hier hustet einer. Unten hustet einer. Bei dir ist noch einer, Robert, neben dir, glaube ich. Hm. Ist gerade die Leiter hochgegangen, Rübeck. Habe ihn. Hustet hier umhoch. Da seid ihr das? Ich, ich. Ach Gott, du hustet. Oh mein Gott, ey. An hoch? Ist er hier? Ich hör' noch. Ey, mit den Raketen. Also so eine dumme Hure, alter. Krass. Er kommt zu euch hinten rum, beim roten Haus jetzt da. Da ist er. Mit den Bastards. Ist das nicht sein Ernst, ey. F***er. Melle Hut in deiner Stimme. Tüttel. Was? Das ist unser Vaterland. Okay, den lad ich auf jeden Fall nicht hoch. Also, jetzt müssen wir erst mal das Hauptmenü und David mit reinnehmen. Opa, sie wird zwölf Kills, okay? I problems. Okay. Not bad. Vielen Dank.